Hallo und herzlich willkommen auf dem Ergometer und Heimtrainer Kanal. Mein Name ist Armin und heute möchte ich euch den neuen Pedaltrainer Tretmann vorstellen. Viel Spaß bei dem Video. 142er Trittfrequenz. Beginnen wir zuerst mit der Anlieferung. Der Tretmann kommt in einem Paket vom Paketdienst. Das hat knapp 11 Kilo aufgebaut, so wie er hier steht. Hat er dann 8,6 Kilo. Er ist schnell montiert, etwa eine Viertelstunde. Und zwar müssen nur die vorderen und hinteren Standfuß montiert werden und die Pedale. Ein Werkzeug ist mit dabei und zwar ein richtiges Werkzeug. Kein Blechschlüssel, sondern ein richtig stabiler Gabelschlüssel. Weiter sind so ein Gurt im Lieferumfang enthalten. Da gehe ich später noch drauf ein. Eine Bedienungsanleitung natürlich, die auch mit Bildern alles richtig erklärt. Wie man sich draufsetzen soll, wie es montiert wird und so weiter. Dann gibt es noch ein Trainings-Logbuch, nennt sich das. Da kann ich die Trainingseinheiten quasi notieren. Und zwischendurch sind immer wieder auch Motivationssprüche dabei. Und es ist noch so ein kleines Poster mit dabei mit Dehnungsübungen, die man vor oder auch nach dem Training absolvieren kann. Die Besonderheit beim Tretmann ist, dass er einen hohen Widerstand bietet. Die meisten Mini-Heimtrainer oder Pedaltrainer haben einen Trainingswiderstand von so 80 bis 100 Watt maximal. Der Tretmann hat acht Stufen. Und ich habe das mit meinen Wattmesspedalen gemessen. Auf der höchsten Stufe kam ich so auf 180 Watt sogar bei einer Trittfrequenz von 80 Umdrehungen. Allerdings ist es nicht exakt genau, weil wir hier einfach so kurze Kurbeln haben und die bei diesen Wattmesspedalen ein bisschen Probleme bereiten. Aber ich denke mal 150, 160 Watt sind da locker drin und das ist deutlich mehr, als eigentlich die Mitbewerber da anbieten. Der Trainingscomputer ist mit einem einfachen Knopf zu bedienen, schaltet sich von alleine ein, wenn ich pedaliere oder ich drücke einmal drauf. Er wird mit einer AAA-Batterie betrieben. Zwei waren bereits im Lieferumfang enthalten und er hat sechs Anzeigen. Oben die Geschwindigkeit und unten habe ich dann die Zeit, die Gesamtkilometer, Trittfrequenz, Kalorien und zurückgelegte Strecke. Das kann ich einfach mit diesem Knopf durchschalten oder ich stelle es auf Scan, dann wechsle die Anzeige alle vier Sekunden durch. Der Tretmann ist stabil gebaut, wiegt 8,6 Kilo, hat hier einen guten Tragegriff, 90er Kurbeln. Hier habe ich das Einstellrad, acht Stufen für den Widerstand. Und die Verarbeitung, wie gesagt, ist sehr gut. Ich habe eine Magnetbremse, wird über zwei Riemen eine Schwungmasse angetrieben. Dadurch kommt auch dieser hohe Widerstand zusammen, den man beim Tretmann einstellen kann. Da zeige ich euch noch, wie man damit pedalieren kann, wie leise das Gerät ist. Und vor allem, wie er gesichert wird, damit er eben gerade bei diesem hohen Widerstand, den er erreicht, nicht verrutscht. Und vor allem, für was dieser Gurt, der da im Lieferumfang mit enthalten ist, gedacht ist. Und zwar habe ich den jetzt hier schon mal um die Stuhlbeine gelegt. Und dann lege ich den hier einfach nochmal um den vorderen Standfuß beim Tretmann, ziehe den zurück. Und dadurch habe ich eine Fixierung. Das heißt, auch wenn ich nachher auf Stufe 8 pedaliere, hohen Widerstand habe, kann das Gerät nicht wegrutschen. Ein weiterer Vorteil, wenn ich zum Beispiel das unter dem Schreibtisch nutze, wenn ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, dann habe ich ja meist auch einen Schreibtischstuhl, der hat Rollen. Und wenn ich dann so einen hohen Widerstand einstelle beim Gerät, dann rollt quasi mein Schreibtischstuhl ja immer weg. Wenn ich das dann aber mit dem Gurt fixiere, dann bleibt mein Schreibtischstuhl an Ort und Stelle. Und auch der Tretmann bleibt an Ort und Stelle. Also das ist eigentlich eine ganz durchdachte Geschichte. So, jetzt pedaliere wir mal. Ich habe jetzt die leichteste Stufe eingestellt. Und ja, kann man also problemlos auf Fernsehen schauen oder Videos gucken oder Musik hören. Das stört es auch nicht wirklich. Ich gehe jetzt mal auf die höchste Stufe. So, nicht Stufe 8. Da ist natürlich schon mehr Kraft erforderlich. Ihr seht, der Tretmann bleibt auch bei hohem Widerstand stehen. Wenn man jetzt einen glatten Boden hat, zum Beispiel Fliesenboden oder so einen Vinylboden, da könnte es natürlich sein, dass der sich etwas bewegt. Da würde ich trotzdem auf jeden Fall empfehlen, einen Läufer oder eine kleine Rutschmatte unterzulegen. Einfach, damit er eben sich nicht bewegt und der Boden nicht verkratzt wird. Boah, jetzt merke ich schon ganz schön. Kommt gleich ins Spitzen. Drehen wir ihn wieder schon wieder runter. Also er ist wirklich sehr leise, er hat einen angenehmen runden Tritt. Mein Fazit ist wirklich derzeit das beste und funktionellste Minibike, das ich kenne. Und ja, deshalb auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Oder schaut euch auf meiner Webseite ergometersport.de den kompletten Testbericht an. Dort stehen die ganzen technischen Daten und weitere Informationen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Bleibt gesund. Euer Armin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training.